Yandrim Windhammer, Botschafter der Zwerge? Ich muss euch... Ihr müsst den Botschafter entschuldigen. Ihm ist nicht wohl. Wann gedenkt er denn wieder wohl zu sein, der Herr Botschafter? Nun, sein Vater kämpft in Underhall um sein Leben. Und er kann ihm nicht beistehen. Das Portal nach Underhall hat seine Kraft verloren. Seitdem trinkt er recht viel. Ja, Red, du solltest im Bett sein. Hör zu, ich kenne einen Trank, der Yandrim wieder auf die Beine bringt. Aber um ihn herzustellen, bräuchte ich eure Hilfe.